Ich begrüße dich. Heute in dem Video geht es um das Deus-Gestänge. Du fragst mich ja, wie hast du dein Deus-Gestänge so schön blank bekommen? Dazu gibt es natürlich mehrere Wege. Man kann es unter anderem schleifen. Das aber wiederum benötigt eine Menge Zeit und vor allem, man macht sich Kratzer in das Gestänge. Auch der Materialabrieb durch das Schleifen ist natürlich nicht unerheblich. Man hat es natürlich sehr schnell zu dünn geschliffen. Ich würde jetzt mal sagen, deswegen zu dünn. Weil das Gestänge ist ja in dem Handgriff, in der Führung drin und durch einen Klemmblock fixiert. Und wenn man dort zu viel Material wegnimmt, kann es schnell passieren, dass sich dann das Gestänge trotz dem Klemmblock nach oben oder nach unten bewegen lässt. Nun gibt es natürlich noch andere Methoden und die möchte ich dir gleich nach meinem Intro dann zeigen. Also dann bleibt dran. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Aber bevor wir anfangen, möchte ich dich darauf hinweisen, das was wir jetzt machen werden. Ist nur in gut belüfteten Räumen oder noch viel besser draußen zu machen. Bedenke dran, dass du immer bei dieser Methode solche Schutzhandschuhe trägst und eine Maske. Vor allem sehe bitte zu, dass währenddessen keine Kinder in der Nähe sind oder irgendeine Person. Weil, wie gesagt, die Dämpfe, die gleich entstehen, sind wirklich extrem gesundheitsgefährdend. Und deswegen bitte ich dich nochmal, mit diesem Hinweis, das in einem gut belüfteten Raum oder im Freien zu machen. Im Freien ist es noch viel, viel besser. So, als erstes nehmen wir mal stellvertretend hier ein Stück eines Original-Deos-Geschenks. Ihr müsst ja erst mal wissen, aus was besteht das Deos-Geschenke. Das Deos-Geschenke ist zum größten Teil aus Aluminium. Dieses Aluminium ist eloxiert. Wir wollen jetzt natürlich diese Eloxad-Schicht von diesem Alu runterbekommen. Wie gesagt, eben habe ich ja schon gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann schleifen oder man macht es mit Chemie. So, dazu brauchst du, um eben, sag ich mal, das durchzuführen aus einem Baumarkt oder aus einem Blumenladen, einen ca. 60 cm großen Blumenkübel oder wie man sie nennt, die man vorne an die Balkonrüstung hängt. Diese klebst du, also die Löcher in diesem Blumenkübel klebst du zu, weil die sind ja unten offen, weil wenn du gießt, hat er auch ein Teil Restfeuchtigkeit nach unten auswitzt, weil es ist ja ganz gleich wichtig, wir müssen einen dichten Kübel haben. Und in den Kübel tust du nochmal zur Verstärkung von oben einfach eine Plastiktüte. Einen großen Müllsack nehmen, den lässt du auch so wie er ist, den schneidest du nicht auseinander, den legst du so ein, dass der Blumenkübel komplett ausgefüllt ist, bist du auf der sicheren Seite. Und dann geht es los. Was brauchst du dazu? Du brauchst dazu Rohrreiniger, aber nur das Granulat, nicht den flüssigen. Damit funktioniert das nicht so gut. Du brauchst Heißwasser, dazu nimmst du einfach so einen Heißaufwasserbereiter hier. Ja, wie gesagt, Handschuhe und natürlich ganz wichtig, diese Maske. Dann brauchst du einen zweiten Kübel, wo du sofort warmes Wasser rein tust. Nur warmes Wasser, das dient hinterher zum Neutralisieren. So, und wenn du zum Schluss jetzt auch noch das Gestänge auf Hochglanz haben möchtest, habe ich dir jetzt, wenn du jetzt nicht zum Autoladen gehen willst, das bekommst du eigentlich in jedem guten, großen Supermarkt. Das sind für diese Metallpolituren, für Edelstahl, für Aluminium, für Kupfer und all diese Teile. Eine ganz einfache, die ist von SIDOL, also die kriegt man überall. Dann brauchst du natürlich ein paar vernünftige, schöne, fusselfreie Lappen. Und wenn du das Ganze natürlich auf der Spitze treiben willst, wenn du das in Spiegelglanz haben willst, brauchst du natürlich eine Poliermaschine eigentlich, aber es reicht auch so eine Proxxon-Maschine mit einem, ja ich sag jetzt mal Filzaufsatz. Das ist so eine Filztonne. Ich geh mal ein bisschen näher ran, dass du das so siehst. Dann gibt es natürlich solche Abglenzpasten, die gibt es natürlich, ich glaube von Proxxon oder auch aus dem Baumarkt in größeren Gebilde. Also Polierer unter euch, ich sag jetzt mal Werkzeugpolierer, wissen was ich meine. Es gibt da verschiedene Steine, aber ich sag euch jetzt, weil ihr jetzt mal eben ganz schnell besorgen könnt, ohne dass ihr das großartig bestellen müsst. Ja, und dann fangen wir mal an. Ich werde jetzt erst mal den Wasserkocher anmachen, wir machen das ja alles jetzt hier richtig live vor der Kamera, sodass ihr das mitbekommt. Ich werde mir jetzt erst mal die Handschuhe anziehen und glaubt mir, ich mache es nur für euch jetzt hier in meinem Raum, normalerweise würde ich damit auch draußen vor der Tür gehen, weil die Dämpfe, ich habe hier leider kein Fenster in meinem Hobbyraum drin und ihr könnt euch nicht vorstellen, vielleicht sieht man das hinterher, ich werde gleich die Kamera nach unten setzen, dann werdet ihr nur den Prozess sehen und ihr werdet mal sehen, wie schnell das geht. Also ich glaube nach dem Video wird keiner mehr von euch so in die Stänge schleifen und vor allem, das ist gleichmäßig, ihr habt keine Kratzer drin. Wenn ihr ein neues Gestänge benutzt und wollt das direkt auf, ich sag mal, entloxieren, ist das makellos. Habt ihr natürlich ein Gebrauchssichtstänger, habt ihr natürlich feine Kratzer drin. Die könnt ihr hinterher, da gibt es so Schleifvlies, ich muss mal gerade aus dem Bild, mal gucken, ob ich jetzt hier noch so eine Ecke liegen habe, der Wasserkocher läuft hier. Na, haben wir noch so ein Schleifvlies da. Mal gucken hier oben. Ja, hier habe ich noch so ein Stück, das sind solche Schleifvlies, damit könnt ihr dann, sag ich mal, die Kratzer, die ihr schon im Gestänge habt, ein bisschen legalisieren. Das heißt, ihr macht es ein bisschen flach, ihr nehmt die Kanten weg, dann ist das auch schon einigermaßen wieder in Ordnung. Aber ich werde euch gleich dann auch zeigen, wie es normal aussieht und hinterher, wenn man das, ich sag mal, normal nur mit Sidol poliert. Und natürlich dann gleich, wenn man ein Stück auf Hochglanz bringt. Und zum Schluss werde ich euch dann das ganze Gestänge zeigen, nochmal von mir stellvertretend. Das ist jetzt natürlich mehrere Jahre schon in Gebrauch, aber das sollte dann zum Ansehen dann reichen. Also ich stelle jetzt erstmal die Kamera etwas tiefer, sodass ihr den Prozess alle mitverfolgen könnt. So, ich denke mir mal, das ist gut im Bild. Ja, so, dann seht ihr auch, wie das Ganze agiert. Und achtet immer drauf, nehmt eine Zange oder macht euch eine Kordel in das Teil rein oder ein Stück Draht. Und dann ist das Ganze gut. So, jetzt füllen wir erstmal hier, sag mal, für das kleine Stück braucht man nicht so viel. Wir nehmen hier so einen kleinen, einmal und zweimal. So kleine Löffel. Verteilen das gut. So, jetzt hat es gekocht. Aha. Ich sagte ja euch, nehmt das, ich werde das jetzt nur so halb festmachen, weil ich ja auch gleich weiter mit euch sprechen muss. Nur so halb. So, jetzt achtet da drauf und schaut genau hin, was passiert, wie das dann. So, ihr seht das, jetzt legt ihr das Teil rein. So, restliche Wasser oben drauf. So, ihr seht ja auch schon, wie es sprudelt. Also, das geht wirklich ruckzuck. Wir lassen das jetzt ungefähr 20 bis 30 Sekunden hier drin. Und dann sollte es eigentlich auch schon kraftig sein. Ja. Ihr seht ja, wie es dampft. Das sind schon, so, wie ihr seht, es ist schon fast fertig. Noch mal ganz kurz rein. So, dass das maximal 30, 35, 40 Sekunden drin ist. So. Und das war es schon. Jetzt kommt das hier in das Wasser, zum Neutralisieren. Wir gucken uns das nochmal an. Es ist gut. Ja, wir tun das nochmal rein. Ganz kurz. Für den Rest. Ja, das ist gut. Und man kann es natürlich jetzt auch so belassen, wie es ist. So. Ich gebe mal gerade das Wasser weg, da ich auch die Maske wieder rausziehen kann. So. Das hier auch weg. Ich glaube, ich muss die Maske trocknen und was anlassen. So. Ich stelle mal die Kamera wieder was hoch. So. Ich muss da gerade die Tür hinter mir aufmachen. Wenn das hier Sauerstoff reinkommt. So. Jetzt putzen wir das mal gerade über das Tuch ab. So. Da das seht. Ich passe doch mal. So. Da seht ihr. Ist das Gestänge komplett blank. So. Machen wir das einigermaßen trocken. Das soll ja nur zur, ja, zur Verdeutlichung dienen. Das ist ja jetzt nicht das ganze Schränkstand. Jetzt nochmal runter. Jetzt fangen wir mal an zu polieren. Dazu nehmen wir einen Lappen. Der ist zwar schon ziemlich dreckig, aber der reicht. So. Wir werden diese Seite jetzt polieren. Die andere werden wir so gelassen, dass ihr hinterher auch den Unterschied seht. Und dann werden wir natürlich auch gleich noch den Vergleich mit der Poliermaschine machen. Das sollte schon mal reichen. Und dann für den Anfang, dass ihr den Unterschied seht. So. Die andere Seite auch. Ist natürlich jetzt draufgeschlagen durch das Anfassen jetzt durch meine Handschuhe. Ihr seht aber, es fängt jetzt schon an zu glänzen. Es bekommt langsam den Spiegellanz. Und jetzt machen wir das noch mit dem Proxxon-Maschinchen. Seht ihr erst mal den Unterschied danach. Machen wir es ein bisschen weich. Jetzt ist da genug dran. Und jetzt polieren wir das. So. Kommen wir das mal aus dem Bild. So dass ihr das seht. Ihr könnt das natürlich auch mit dem Akku, mit einer Akkubohrmaschine machen. Da müsst ihr euch aus dem Baumarkt euch dann solche größeren Aufsätze besorgen. Die habe ich auch. Aber ich wollte das jetzt mal so machen, was vielleicht jeder zu Hause hat. Oder wo er schnell drankommt. Die machen wir nur zur Hälfte, dass man auch sieht, wie es mit SIDOL. Und mit dem Hochglanz-Polier mit so einem Maschinchen dann wird. Wie gesagt, wenn man es richtig noch mehr auf die Spitze treiben will, dann muss man es natürlich mit 7000er Nassschmuggeln. Und noch die Oberfläche vorher schleifen, wirklich ganz fein anschleifen, dass die Oberfläche wirklich keine Berge und Täler mehr hat. Weil auch Aluminium ist ja von Natur aus nicht ohrenspiegelglatt. So. Aber das sollte jetzt reichen. Jetzt nehmen wir nochmal den... Einfach... So, dass ihr mal seht. Das ist mit SIDOL. Das ist jetzt Hochglanz. Poliert. Damit. Wie gesagt, man kann es mattiert. Silber lassen. Man kann es ein bisschen mit dem SIDOL auf Hochglanz polieren. Oder wenn man es wirklich auf die Spitze treiben will, kann man es zum Spiegelglanz. Ich habe hier auch nochmal ein anderes Stück, was ich schon zuvor hatte, zum Testen von damals. Hier ist das auf Hochglanz poliert. Und ja, letztendlich kann ich mal gerade die Handschuhe rausziehen. Seht. Ja, das müsst ihr jetzt nachsehen. Das ist jetzt ein Gebrauch, das ich denke. Ihr kennt es ja aus meinen Supervideos. Ich werde jetzt mal erstmal die Kamera wieder hochstellen, damit ihr mich auch wieder im Bilder habt. Ja, so. Oder noch ein Stückchen her. Ja, das ist bei mir. Ich bin nicht der große Videomacher oder Filmer. Da gibt es andere Leute, die weitaus besser sind. Aber dafür kann ich vielleicht euch durch meine Videos was beibringen, erklären. So sieht das aus. Ihr könnt das hintere Teil machen. Die Schiene. Und dann habt ihr die typisch zerkratzten Gestänge. Alles live vor der Kamera. Die durch ständige Hohen runterschieben. Und wenn da mal Dreck ist, wo sowieso das Aloxat abgeht, dann wieder einigermaßen ansehnlich. Also damit könnt ihr euch wirklich, ich sag mal, euer Gemüt retten. Also ich bin da auch so ein, ich sag mal, ein Schönsucher. Also ich, mein Auge sucht mit. Und bei mir muss auch immer alles schön sauber sein. Ich weiß, da werden sich jetzt einige totlachen. Das ist der Daniel, Pino und viele andere. Carsten ebenso. Die wissen, dass ich da ein Spiel drin habe. Also bei mir ist immer alles sehr sauber. Ja. Das hat er auch in anderen Rund. Ja. Aber dann erzähle ich euch mal auch. Ich habe auch das Gestänge hier verkürzt. Also das ist nicht mehr auf der normalen Länge. Ich habe meine unteren Gestänge alle verlängert. Auch für die HF. Das ist ja nicht so einfach. Kann ich euch mal sagen. Da nimmt man solche Inlays hier. Die man dann rein macht. Für die HF müssen die offen sein. Oder man nimmt für die HF einen alten Akku. Und setzt sich an. Aber das wird mal irgendwann in einem anderen Video stattfinden. So. Zum Schluss. Möchte ich noch meinen Sponsor. Den Jochen Reifenrath. Von www.abenteuer-schatzsuche.de grüßen. Wenn einige Fleisch ihn nicht kennen. Das ist der Generalexporteur für XP-Detektoren. Für Fischer. Damals auch für Weiz. Und ja. In seinem Sortiment. Gibt es alles was das Sucherherz höher schlagen lässt. Vom Coinpad her. Über die Grabungshacke. Zum Spaten. Zum Wasserscope. Oder wie man das da nennt. Rucksäcke. Bücher. Ja. Sämtliche Sachen. Den kann ich euch ganz ans Herz legen. Nicht nur weil er mein Sponsor ist. Jochen ist auch mittlerweile viele Jahre. Auch mein Sponsor. Von meinem Treffen. Seit. Ich glaube 94. Und das sind jetzt. Ja ich sag mal im 27. Ja oder 28. Oder war es 93. Ich glaube 93. So Jochen ist mittlerweile auch ein guter Freund von mir geworden. Und wenn ihr Fragen habt zu XP Detektoren oder deren Zubehör können dann mich fragen. Oder eben den Carsten Konzel. Das ist der German Treasure Hunter. Den Kanal werdet ihr alle bestimmt kennen. Da war ich früher auch mit dabei. Heute haben wir jeder unseren eigenen Kanal. Was aber nicht heißen soll. Wir werden auch irgendwann wieder Filme zusammen machen. Allein schon für die Auftragsuche. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass er alle Corona gut übersteht. Dass wir bald im Frühjahr wieder gemeinsam Stammtische veranstalten können. Ja im Frühjahr vielleicht auch schon die ersten Sonnengänger treffen. Ich hoffe, dass dieses Jahr die DSM stattfinden wird. Allein schon für den Martin Kohl und Ulli ist das, denke ich mal mal, wäre das sehr schade, wenn er dieses Jahr wieder nicht klappen wird. Mein Treffen wird aber eben, ich hoffe bis dahin ist es auf jeden Fall vorbei mit Corona, im September stattfinden. Das ist wieder das erste Wochenende im September. Es wird wieder eine Riesenrallye geben. Unser Ganges Lupus wird für mich wieder tolle Pokale herstellen. Der erste Preis kenne ich ja schon, den zweiten auch, den dritten ebenfalls. Bei dem ersten Preis werdet ihr die Ohren anlegen. Das ist, also jedes Jahr wird das Ganze getoppt. Also das ist nicht nur daher gesprochen, das könnt ihr mal glauben. Ja, ansonsten, wie gesagt, habt euch wohl. Bis demnächst, euer Markus. ? Ja, ansonsten. Vielen Dank.